Ok, komm, let's go, Kristalli, Kristalli, sorry, Christian Eckerling, äh, rasiert, Oktogon MMA Vlog, mit Idis, mit Idis, wieder ein Video, Digga, ich bin da, kannst du kurz warten, musst aufs Toilette, klar, Bro, geh ganz kurz, steh kurz auf, zieh deine Kopfhörer ab, ich warte, wirklich, ja, ich mach wirklich, ich mach wirklich, versprochen, Gut, wir legen los, Leute, let's go. Was ist das für ein Anzug, du siehst aus wie diese von, äh, Nein, von Squid Game, diese Hefflinge, ja, stimmt, stimmt, aber sei ehrlich, sieht's gut aus? Ja, mach mal Beatbox. Der wird so gef***t aktuell damit, das ist so krass, mein TikTok ist voll damit einfach. Ey, du wirst trainieren in letzter Zeit, ne? Lass mal Bodycheck machen, Digga, zeig mal ein bisschen, was du drauf hast. Boah, ey, du bist wirklich breit geworden, Alter. Masha. Okay, Idis. Ich schwöre, ich wollte grad aufhören. Ich hab, ich hab ne Challenge mit Idis. Achso, du bist Dubai, du kannst gar kein Deutsch. Das Ding ist, der originale Typ, der diesen Beatbox macht, der nennt sich jetzt einfach Idis auf TikTok, Bruder, der hat seinen Namen Idis umbenannt. Der denkt sich, Bruder, ich bin hier irgendwo grad fest, in Brasilien, irgendeinem Dorf, holt mich raus hier, holt mich raus hier aus der Favela, ich nenn mich so, bitte holt mich raus. Ey, Idis, wir kommen direkt zur ersten Sub-Challenge. Zehn Subs, ja. Das ist fake. Nein, nein, ist, der hat sich Idis, ist das der Fake oder der richtige, weil der hat doch voll viele Aufrufe, Digga. Wir haben jetzt grad den Kampf, schnell, es geht gerade da los, die kämpfen gerade. Sag mal kurz schnell, für wen bist du, weiß oder schwarz? Ich sag, ich bin für weiß. Okay, weiß. Digga, ich hab mich so tot gelacht, als ich das gesehen hab. Okay, wir konzentrieren uns wieder aufs. Ey, Idis, wir kommen direkt zur ersten Sub-Challenge. Machen wir direkt. Zehn Subs, ja. Ach, Hashtagging ist okay, aber schon einer kommt gesehen. Wir haben jetzt grad den Kampf, schnell, es geht gerade da los, die kämpfen gerade. Sag mal kurz schnell, für wen bist du, weiß oder schwarz? Ich sag, ich bin für weiß. Okay, weiß. Zehn Subs, ja. Zehn Subs, weiß. Wenn Schwarz gewinnt, krieg ich zehn Subs, wenn weiß, du. Okay, komm. Die machen selbst da Sub-Wetten, Digga, ich kann mich mal. Okay, okay. Richtiger aus, dann direkt, ja, direkt, Dings, Tipico, Tipico-Kopf. Ja, ja. Komm, geht drauf, jawohl, geht drauf. Oh, ne, oh, ne. Die juckt das grad nicht, der denkt nur an seine zehn Subs, Bruder. Oh, ne, oh, ne, oh, ne, oh, ne. Der ist im Scoot Game fit, ja. Welche Nummer hat er? Bei Checkerlen lassen wir uns was Geiles einfallen. Okay. Also schaut das Video bis zum Ende. So, Freunde. Jetzt kämpft der Albaner gegen einen Engländer. Und ich war, wo ich in Oberhausen dabei war, habe ich auch aufgenommen, wie der Albaner den Gegner Knockout gehauen hat. Knockout, Leute. Wo dieser Drop so heftig kam. Und ich habe eh das gesagt, da soll ich mal reinkommen, weil dieser Kampf... Was ich so ein bisschen bereue, muss ich sagen. Ich wäre sehr gerne damals als Kind, weil ich habe als Kind sehr oft damals die Klitschko-Kämpfe geschaut im Fernseher. Und ich denke mir, boah, wäre ich zu der Zeit so ein bisschen älter gewesen, dann wäre ich sehr gerne einmal live zu so einem Kampf gegangen, von so einem Klitschko-Kampf. Nach Eckerlin, ein Kampf, den ich unbedingt sehen wollte, ne? Ich bin für den Albaner. Du bist für den Engländer, okay? Ich bin für Sydney. Das ist crazy. Das ist crazy. Sehr stark, Mann. Sehr, sehr stark. Tschüss. Komm, komm! Tschüss, tschüss, tschüss. Komm, komm, bitte. Stark. Stark, weiter! Jetzt ist er drinnen, scheiße. Das war's. Der Ding ist durch. Nein, doch nicht. Oder? Okay, komm, komm wieder hoch. Komm wieder raus. Er steht wieder. Er steht wieder. Stark, Alter. Stark, Junge. Mach Fantasie. Komm, mach Fantasie. Bitte doch, ja. Zu spät. Viel zu spät. Viel zu spät. Viel zu spät. Endlich. 3 Stunden. Was? Bruder, der Albaner hat gewonnen. Ich dachte, der Engländer wird gewinnen nach Punkten, aber ich habe keine Ahnung. Aber egal, 20 Subs sind hier vorne. Ich freue mich auf den nächsten Kampf. Nächste Kampf darfst du entscheiden. Ja, Bruder, lass mich auch mal entscheiden. Ey, Digga, das Ding ist, ihr wollt Content machen, aber ihr geht da hin und geht einfach beide mit Miese nach Hause am Ende des Tages. Ja, nächste Kampf entscheidet er. Freunde, wir haben hier Tickets für das Riesen-Event im Oktober. Wer mich jetzt überbietet, der kriegt ein Ticket geschenkt. Eckerling gegen Jungwirth im Eintracht Frankfurt Stadion. Das wird auch heftig. Wenn die gegen mich, wenn die mich überbieten, kriegen die ein Ticket. Wenn die Edis überbieten, kriegen die zwei Tickets. Richtig. Das passt, passt. Nee, das war nicht gut, Digga. Ab, Bruder. Das waren 37. Komm, Mann, ist gut, ist gut. Digga, und das Schlimme ist, ich habe dafür meinen Schulterpass ausgelügelt. Ich habe Schulterschmerzen wieder. Ja, hoah, meine Räume. Bitte, ja, holla, ja. Hat nichts mehr gelassen. Er steht seit heute Morgen hier, Digga. Okay, du kriegst einfach zwei. Ja, ganz so. Ist das alte wie Uli oder AI oder wie so, so früh live? Kennst du nicht? Danke für die neuen 30 Monate. Freut mich auch, dass du da bist, Bro. Danke für die aufbauenen Worte. Es stellt sich gerade Elvis. Oh, Digga, wie das Ding gescheppert hat. Ja. Ja, der geht hoch, der... Boah, knapp. Boah, du kriegst zwei Tickets. Hä, warte mal. Ah, der hat es geschafft. Aber ich dachte, über 977. Digga, ich habe nichts verstanden. Nur zwei. Das Video. Maler, Ayyub. Aber willst du das auf dir sitzen lassen? Ich mache jetzt noch mal. Ja, Todesego-Probleme gerade. Ich kenne ihn. Hast du überhebt? Oh, sorry. Oh, ho, 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 ho. Der war stark. Stark. Oh, mein Bruder. Mein Bruder. Maler, Mann, Mann, Mann. Ganz zackert hier. Bross. Hey, der hat auch gut gescheppert, Mann. Ohne Anlauf und so. Hey, stark, Alter. Trotzdem Respekt. Gib ihm zwei. Gib ihm zwei. Wirklich. Hey, stark, Alter. Okay, der hat sich das verdient, Bruder. Ja, sehr korrekt, sehr sympathisch. Dann muss ich mal Mets schreiben. Nein, Mann, Bruder. Ich habe Armschmerzen. Lass mich mal in Ruhe, Bruder. Lass mich mal in Ruhe. Er wird es gegen rechts und wie du mit dir gegen links. Digga, was will er von mir? Er will mich stark, Alter. Gott, weißt du was? Hältig motiviert, Bruder. Wer macht härtere Osman? Ja, Bruder. Digga, du bist so am Arsch. Okay, 840. Er macht diese russische... Guck mal, der. Boah. Tschüss. Er hat doch Osman kaputt gemacht. Boah, ich war, ich war, ich war, ich war, stark. Und jetzt gegen Edis mit dem Ding. Boah, stark, Alter. Stark, Alter. Stark, stark. Komm. Boah, Digga. Ey, der ist krass, der ist... Er hat ihn, er hat ihn. Nein, zwei weniger. Heller los, der Mann, heller los. Sehr, 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 groß. Viel Spaß mit den Tickets, Bruder. Viel Spaß beim Event. Sie hat gekämpft. Der Gewinner kriegt auch... GG, sei ihm gegönnt. ...auf zwei Tickets, dann kann sie mit ihren... Okay, stark, 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 stark. Ey, die hat, Junge, die hat fast mehr als ich gehauen. Das war's, mein Hype ist vorbei. Wenn sie mir jetzt 800 macht, hat sie die Tickets gewonnen. Ja, schade, nicht so getroffen, ja. Aber die erste war auch nicht schlecht, sechs gewonnen. Okay. Ich glaube, ihr Spaß euch. Auf ihren Nacken, auf ihren Nacken. Zeig mal was, Amalago, wie sie residenzt mir, Bruder. Ich habe 850 geschlagen, sie hat 800 geschlagen. Ja, bitte, Bruder. Mein Hype ist vorbei, ich muss mindestens 900 tippen, sonst... Du musst das Ding jetzt auseinandersetzen. Schaffst du, ich glaube, du schaffst das. Ich glaube, er schafft das. Das muss kaputt gehen. Komm! Sehr gut. Digga, aber du sollst doch nicht in den Automaten reinspringen. Gute 900, gib mir 900 einfach, gib mir... Jawohl, okay. Ja, passt. Halb ist wieder... Schön. So, Freunde, wisst ihr, wer vor mir sitzt? Christian Jungwirth. Wie? Ich dachte, das ist Dings, Alter. Bro. Christian Jungwirth. Ich sag schwarz. Sorry. Echt? Das willst du jetzt wetten? Ja, lass pass. Okay. Ist egal. Ich muss auf den Oberst, den Sachs. Okay, ich bin auf Weiß. Okay, so. Bruder, ich hab einfach auf den Weißen geschnitten. Ja, er ist 12 Jahre alt, Digga. Boah, Bruder. Das war's. Heute erste Niederlage. Boah. Digga, ist das... Ja, vorbei. Ist das Noah Zett? Ich schwöre, mir ist der Name nicht eingefallen, aber jemand hat's genau in dem Moment reingeschrieben. Guck mal. Was macht Noah Zett da in dem Kampf, Bruder? Ja, vorbei. Bro, seit wann kämpft der MMA? Schade, Digga. Aber nice try. Sogar deine Musik. Warum? Stark, Digga. Ich verliere, aber meine Musik... Mach lauter! Ey, geil, wir freuen uns. Lauter! Ja, Mann, Alter! Was du so geringst, ist geil. Ein Deutscher hat gewonnen und meine Hymne kommt. Okay, Freunde, wir haben jetzt einen richtig interessanten Kampf. Ein Tschetschene-Kampf. Islam. Kapilaev. Ich hab leider seine Einlaufmusik verpasst, Leute. Aber er kam mit dieser tschetschenischen Musik rein. Er wird ihn jetzt auseinander nicht. Schade, Digga. Schade, dass er das nicht aufgenommen hat. Ich schade auf den Tschetschen, dass er gewinnt. Inshallah. Er sagt TKO. Das heißt, wenn der Schiri abbricht, ich sage Knockout. Oh mein Gott, sorry. Ist alles gut? Sorry, das ist immer, wenn ich hier mein Mikrofon so einmal biege. Okay, okay, okay. Tut mir leid, tut mir leid. Oh, geil, Digga. Stark, boah, Bruder! Guck mal, wie er die Füße anfasst. Seht ihr das? Sorry. Vergiss einfach, vergiss. Er hat ihn in die Eier geschlagen. Er hat das bestimmt nicht mit Absicht gemacht, aber Bruder, das geht gar nicht, Alter. Also, wenn er jetzt will, kann er sagen, okay, ich kann nicht mehr, dann ist die Qualifikation. Gut. Er entschuldigt sich nochmal. Warmler, Respekt. Das ist schön, sowas zu sehen, Digga. Stark. Sportlich. Das ist ja schon immer fair. Jetzt gerade ist er auf jeden Fall vorne. Islam muss jetzt irgendwas machen. Boah, Bruder, was macht der, ja? Bruder, was ist es hier? Boah, Bruder. Bruder, das ist für mich ein klarer Kampf gerade, ja? Boah, Bruder, ja. Crazy. Guter Kampf, ja, guter Kampf. Gleich kommt der Kampf von Eckerlin, Leute. Aber Respekt. Ungespannt. An dieser Stelle, ich muss mich entschuldigen, wirklich, dass ich jemanden so unterschätze, ne? Was hat er gemacht, Bruder? Mach doch! Mike, die Rüste, go! Ja, war klar. Der war richtig stark. So, wir sind jetzt gleich, wir gehen jetzt gleich rein. Christian Eckerling kämpft jetzt gegen Borts. Oder Bros. Was sagst du? Wir sind beide für Eckerlin, ne? Ich glaube auch. Lass nicht sagen, wie, lass sagen, in welcher Runde. Was sagst du? Welche Runde gewinnt Eckerling? Ich nehme zweite Runde durch KO oder TKO. Ist egal. Okay. Ich sage, es wird nicht mal Knockout geben. Ich sage Punkte am Ende. Ich sage, es wird alles ausgespielt, Eckerling gewinnt. Okay. Okay. Letzte Wette. Und wie viel? Diesmal leckerer. Ich bin 10 vorne, du kannst doppelt oder nichts machen. Lass doppelt oder nichts aufsachen. Okay, okay, 20. Entweder ich kriege von dir 30 oder du kriegst von mir 10. Genau. Dann. Okay, tamam. Aber deutsche Subs mehr. Ja, ja, deutsche. Frankfurter Subs. Der hat den so blutig gehauen, aber es zensiert im Video. Ist das zensiert? Okay, sehr gut. Ich habe so eine Pressekonferenz danach. Ah, oh mein Gott, jetzt macht das Sinn. Was? Das war er? Das ist die Einlaufmusik. Oh mein Gott. Boah, schon geil, so ein Endboss. Bruder. Ich habe ihn kämpfen sehen gegen einen Wikinger. Der kam mit dieser Musik rein. Ich dachte, was passiert hier? Jeder steht gerade und jeder bot ihn aus. Das ist absolutes Heimspiel hier. Das ist unmöglich. Boah, das ist so krass, Digga, wie die ganze Halle, dieses ganze Stadion einfach abgeht. Heimspiel, sage ich doch. Boah, das wird so ein geiler Kampf, Leute. Deutsche McGregor, ja, sage ich auch immer wieder. Guck mal, guck mal. Ah, Bro, was war das für ein Kick? Erste Runde vorbei, ich sage ausgeglichener Kampf. Ich habe es gesagt, Bruder. Ich schwöre, ich habe ihn kämpfen sehen, den anderen. Der ist nicht ohne. Der ist auf jeden Fall kein Aufbaugegner. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt es langsam. Digga, stimmt, ne? Der hat einfach RP gespielt, Bruder. Der hat einfach GTA RP auf Final City gespielt. Wenn diese Runde kein K.O. ist. Was für eine Simulation leben wir eigentlich? Es sieht schon mal gut aus für mich. Ja, 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 sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Boah, der nächste Tritt, guck mal. Der sagt doch, mach weiter, mach weiter. Bruder, du blutest doch schon. Deine Nase, dein Kopf ist doch gleich auf. Wie, mach weiter? Der hat ihn zermatscht. Der hat ihn zermatscht. Stark. GG, aber der hat ihn echt zugerichtet, Alter. Starker Kampf, der hat ihn echt zuguten. Wildschwein einfach, Bruder, das ist wie, den kannst du ja gar nicht mehr aufhalten, Alter. Der ist ja dann... Ja, 10-Saps. Aber Stark. Ja, ich liebe dich. Aber Stark. Ja, kam schon, kam schon, Alter. Auf jeden Fall, Edis hat gewonnen. 10 Sekunden noch und es wäre die dritte Runde gegangen. War aber ein geiler Kampf. Christian, ey! Freunde, ihr müsst euch überlegen, das sind eins der zwei größten MMA-Kämpfer in Deutschland und die kämpfen einfach gegeneinander. Weiter heißt Christian, der eine Frankfurt, der eine Stuttgart. Das ist nicht nur MMA, das ist Fußball, das ist Ultra, das ist Eintracht Frankfurt-Stadion. Über 55.000 Zuschauer, das ist jetzt so heftig, Digga. Freunde, wir holen jetzt ab, war ein kranker Abend. Ich freue mich auch sehr, dass Eckerling gewonnen hat. Also ich wusste, er wird gewinnen. Ich habe auch gehofft, dass er gewinnt, weil das ist so wichtig für den Kampf in Frankfurt am 12. Oktober. Wann hat Karim gestreamt von wann ist der Stream? Das ist kein VOD, Digga. Ich spiele kein VOD um 15 Uhr. Einfach random ab nach einer Woche, Jungs. Bitte, ich bin das, Alter. Das ist kein VOD. Ich bin da, hier, seht ihr das? Hier, bitte, ich beweise es euch sogar, Alter. Ey, ich trinke euch durch. Hier, guck, ich bin da. Hier, guck, ich bin da. Guck hier, guck, guck, seht ihr das? Pferdheim. Guck, seht ihr das? Pferdheim! Guck, seht ihr das? Pferdheim! Das hat nicht so ganz funktioniert, schade. Gut, machen wir weiter. Wäre schon scheiße, hätte er hier verloren, weißt du was ich meine? Da ist auch sehr viel Druck. Frankfurt wird so geisteskrank. Auf jeden Fall in diesem Sinne, danke, dass ihr bis hier zu Ende geschaut habt. Ich hoffe das Video hat euch gefallen, es wird auf jeden Fall genug MMA-Content noch kommen. Ich sehe es kommt gut an, wenn euch das Video gefallen hat macht einfach gar nicht. Meins, ciao. Tschschsch, tschsch, tschsch, tschau. So KI wird alles zerstören, ja. Mag sein. Bis zum nächsten Mal.